Hallo ihr Lieben, hier ist die Johanna Jülich und ich liebe total den Humor und Wortwitz von dem unvergessenen Heinz Erhardt. Und deshalb möchte ich heute mein Video mal mit einem Gedicht von ihm beginnen. Ein Brombeer froh und heiter schlich durch einen Wald, da traf es sich, das sehr ganz unerwartet wies, so kommt auf einen Himbeer stieß. Der Himbeer rief vor Schrecken rot, der grüne Stachelbär ist tot, am eigenen Stachel starb er eben. Tja, sprach der Brombeer, das soll's geben und trottete nun nicht mehr heiter weiter. Doch als den Toten er nach Stunden gesund und munter vorgefunden, kann man wohl zweifelsohne meinen, er hatte andere Bär dem einen einen Bären aufgebunden. So, und jetzt kommt meine Frage an dich, wie viele Bären hast du dir schon aufbinden lassen? Was hast du alles geglaubt, was überhaupt nicht wahr ist und hast das für dich real gemacht? Und ja, wie viel hast du dir nicht erlaubt, weil du Dinge geglaubt hast, die man dir gesagt hat, was man darf, was man nicht darf, wie man sein soll, wie man nicht sein soll. Und wie oft hat dir irgendjemand gesagt, das ist so. Da kann man nichts dran ändern. Und frag dich mal, ist das wirklich wahr? Oder gäbe es da vielleicht doch was? Eine andere Möglichkeit, oder ganz viele andere Möglichkeiten vielleicht sogar, wenn du nicht an diesen Bären glauben würdest, dass man da nichts ändern kann? Wie viele Bären hast du dir schon aufbinden lassen? Und wie viele Bären trägst du mit dir rum und fühlst dich daher schwer und unbeweglich und denkst, du kannst nichts verändern? Ja, ich möchte dich herzlich einladen, in meinen Coachings und Seminaren zeige ich dir, wie du deine persönlichen Bären ausfindig machst und über Land jagst. Und was könnte alles möglich sein für dich, ohne die ganzen Bären, die du irgendjemandem abgekauft hast? Ohne diese ganzen begrenzenden Ansichten, die dir einfach nicht erlauben, aus dem Potenzial zu schöpfen, das du wahrhaftig hast. Wenn du also Lust hast, ein paar Bären loszuwerden, bist du herzlich eingeladen. Ich freue mich auf dich. Deine Johanna Jülich. Tschüss.